Die Finanzkrise Wie Sie vielleicht sehen, bin ich auf dem Sprung. Ich muss Sie also wohl auf Montag vertrösten. Montag könnte es zu spät sein. Ich pack das alles nicht mehr. Ich will raus. Was hast du vor mit dem ganzen Geld, das wir bald machen werden? Wir reden hier von Beträgen im dreistelligen Millionenbereich. Was ich stelle mich heute im Wiener vor, redet schon seit Tagen von nichts anderem mehr. Schau's vor, Lend. Die word is what she is. Herr Meiling, wo sind wir hier? Wir können eine Revolution starten. Aus Illegalität. Legalität machen. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Na gut, Ossi. Dann wird uns ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020